die landen auf die landen auf die landen auf die landen auf dir wohl alle waffen wohl alle waffen bitte landen beide auf dir wie beide waffen ich habe nur eine der hat einer da der plex andere es hinter dem dinge weit richtig weit hier ist ganz schnell weg 500 meter was Du hast keine Mettlitz mehr, oder? Doch eins. Okay, die ist gut. Die reichen viel Klopper noch? Na ja. Die schießen schon auf uns. What? Die schießen von Insel. Die schießen. Keine Ahnung. Wie die schießen. Ja, keine Ahnung. Wir schießen halt echt. Wir müssen einfach rein. Hilft nichts. Glück haben wir nichts getroffen, Alter. Okay, alles an den Linksverktor. Perfekt gereicht. Ja, man braucht wahrscheinlich Mettkits, Digga. Ja, ja. Mettkits und... Mettkits, ja. Sehr gut. Brauchst du Mett? Ja, Mettl brauche ich alles. Hier, hier. Ja. Ich hab noch einen kleinen und zwei Nitro. Ja, ich hab gar nichts mehr. Aber ich hab vier Nitro noch. Ach, Digga. Ja, geh die hier hin. Naja. Ja. Digga, jetzt mal ne Fahrzone, bitte. Ja, dann sei es sogar easy. Ja, wir brauchen so Fahrzone. Wir haben genug Mett's, Digga. Wir haben noch komplette 1500 Mett's. Und du, ich hab 1000, du 1500. 2500 noch für fucking fünf Zonen. Ich glaube, hier kann ich stehen bleiben. Ja, ich glaube. Wir sind verwirrt, Alter. Ja. Das ist doch gute Zone, endlich. So eine haben wir gebraucht. Chill, lass doch hier chillen. Wir gehen mit der Zone. Zum Glück haben wir nicht abgebaut, Digga. Holy shit. Ich mein, er hat zwar eh nicht gejuckt, aber... Sparen wir uns auf jeden Fall schon was. Ja, ich glaube, die checken es nicht. Die Fighten, da kommen mit. Hört jetzt an. Ja, die W-Kader und gehen komplett ab. Anonymen 273. Der nennt jeden ab wie Schmitz-Katz. Ja, natürlich. Hallo? Wir haben beide in der Combat. Und zu nun gehen wir runter und trillen die dann, Alter. Geil. War noch ein Flopper oder irgendwas? Nee, ne? Nee, gar nichts. Nur noch Nito dann. Wir müssen aber ein bisschen zur Zeit, oder? Ja. Stopp, stopp, stopp. Naja. Auch die Zeit lassen. Ja, ich nehme mir extra viel Zeit. Ich nehme mir so viel Zeit. Das ist halt aber auch kein Troll, das ist einfach wirklich Zeit nehmen. Ja, das ist auch true. Also wer mit 12 Floppern oben ist, der macht das Geld. Alter. Ja, aber es ist wirklich so. Ja, aber es ist wirklich so. Also wirklich, wer 12 Floppern oben ist, der ist verloren. Alter. Ja. 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 Ja, komm. Ich mach das hier weg. Komm. Das war krank, dass du das weg machst. Das war schon respektlos, vielleicht. Fandest du dich beleidigt, oder so? Gut, schnaupt sie uns. Ah, das sieht doch gut aus, Junge. Aber tiefstabeln, sag ich dann noch. Naja. Bist du krank? Okay, ich hab noch 10 Metalle, ich trockte das mal, weil jeder Bild zählt dann. Ja, jetzt hab ich keinen Metalle mehr. 10. Oh, mit Stein weiter. Digga, das können wir winnen. Ja! Kein Heel Off. Nee, ist gar nicht geil. Scheiß mal auf Heel Off. Kommt eh kein Heel Off. Top 10. So, letzte Runde sind wir Top 10 gestorben. Das passt das auch mal. Zum Glück wurde Restart. Wir müssen nicht aufpassen, wo es hingeht. Sonst müssen wir am Boden machen. Das ist doch gut, hier zur Seite. Ich bin verwirrt, ich weiß nicht wohin. Digga, hier lang. Hier, hier, hier. Da, 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 da. Warte mal, ich kann's nicht bauen. Jetzt. Digga, jetzt keine Zeit lassen mit Singles. Das dauert doch immer schön Zeit. Ja okay, wenn du das sagst. Da kommst du ganz rein hier. Scheiß, beeil dich. Ich hab Singles. Naja, nicht so hektisch. Da hab ich direkt Singles. Nicht so hektisch. Du kannst da auch den Boden einfach machen, wenn du so über die Kante geht. Naja, okay. Wenn du nicht runterfällst. Komm her. Naja, weil ich musste immer Mets tun. Jetzt. Was hast du noch? Was hast du noch? 500 Holt, 250 Steinen. Digga, ich hab alles. Okay, okay. Wir haben alles noch. Ich brauche auch gar keine Mets. Ich hab nur 500 Steine jetzt. Ja. 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 Ja, natürlich. Boah, ich bin ein Ding noch. Ja. Egal. Ich bin so ernst. Ich bin so ernst. Witz zu sohn. Voll in den Kroll. Ja, das ist so. Fünf witz zu sohn. Ab, ab, ab. Jetzt, jetzt kann man mit Boden eigentlich. Ich bin derartig. Boden. Ich hab 700 Mets. Ja. Mach du Boden. Ich baue hier weiter. Wo ist's denn? Na geradeaus, aber. Einer noch. Einer ist Solus. Einer ist Solus. Einer ist Solus. Oh, nur. Drei. Drei, ey. Es sind Solus. Zwei Solus. Wie warst du noch an Mets? Einer ist. Einer ist. Einer ist. Einer ist noch ein Stein. Hier rüber. Hier rüber. Ja. Ich sag mir ehrlich. Top 2. Jetzt eigentlich runter. Spring auf High. Wollen wir? Ich bin dir ehrlich. Ja komm. Direkt auf High. Na klar, na klar. Wer macht D-Loft? Fick den, fick den! Ah, nein! Nein, was?! Digga, es ist ein 2er. Fuck! Egal, Digga. Man lernt daraus. Nicht runter, bevor Top 2. Das war übel dumm. Digga, fuck! Da hätten es beide gewon-pumpt oder so. 197. Tüte, 2 Punkte, Glückwunsch. Ich hab es weg halt, geil.